Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Kampf der Giganten. Das bedeutet, ich spiele am heutigen Tag Mario Party gegen German. Let's play! Hey, meine lieben Frucht-Tiger. Oh, Frucht-Tiger. Ist das nicht auch so eine Süßigkeit? Frucht-Tiger? Ja, hier kommt der Geno... Ah, nee, das war was anderes, ne? Was? Aber ich hätte jetzt Bock auf so einen Frucht-Tiger. Was denn noch? Was magst du lieber? Einfach nur so Gummibärchen oder welche, die noch so Schaumstoff haben, weißt du? Oh, daneben. Die noch so Schaumstoff... Ja, die da so Schaumstoff unten dran haben, weißt du? Dieses Weise. Ein normaler Gummibärchen. Oh Gott. Nee, nee, nicht unbedingt Gummibärchen, sondern einfach so Dinger, weißt du? Mann, ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst. Ja, dann die Gummifrösche! Gummifrösche, die kennst du doch. Ach, die grünen. Ja, die find ich voll eklig. Was? Die sind doch gut, die haben diesen Schaumstoff unten. Ja, ekelhaft. Och. Kotz mich aber an. Kotz mich einfach an. Wieso kotzen die dich an? Die machen doch nix, die sind lecker. Mann, kein... Ich find ja echt, es gibt so ekelhafte Süßigkeiten, ne? Ja, das auf jeden Fall, aber... Oh Gott, der hat gut getänzelt. Oh, der macht mich, der macht mich, der macht mich. Ja, ich hab ihn. Oh Gott, oh Gott. Aber ich seh wieder keinen, also ist alles okay. Jawoll. Hast gewonnen. Hallo Peach. Oh Peach. Oh. Oh, Peach. Machst du denn mit Peach? Ja, ich mach krasse Action. Oh Gott. Hallo Peach. Keine Chunks haben. Nein. Ey, was ist das? Ich wurde exploded. Ich bin einfach absolut crazy dropp. Du bist wirklich ne Maschine. Und ich bin ein Lauch. Guck, ich hab dich so aufgeholt gerade. Ich hab da fünf Kills gemacht. Nein. Nein, den müsste ich doch auch noch... Nein, 17 zu 19, 17 zu 19. Nein. Nein, ich hab verfehlt. Nein, ein Kill. Ey, diese fünf Kills, die ich da gemacht habe, das war einfach... Ich bin aber auch abgegangen wie ne Maschine, Junge. Aber der eine Kill, der hat Sieg und Niederlage. Und Schniederlage. Ach, Schniederlage, Alter. So, kommen wir nochmal zurück zu den Fruchtgumis. Ja. Nee, es gibt auch so... Es gibt tatsächlich so kleine Eidechsen. Die sind auch... Bowserfeld. Ja, die kenne ich. Die kenne ich. Ja! Drei Felder nach vorn. Dir, 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 dir. Oh nein. Die sind auch lecker. Jetzt bist du nicht vorn mit... Nee, bist du... Ey, wo bist du denn? Du bist trotzdem... Was hast du denn gewöhnt? Was? Also, okay, zwei Felder. Ich bin bei Feld 13 und du bei Feld... Ja, okay, 11. Oh, was für krasse Rekorde hier wieder. Ja. Da ist es aber nicht so traurig wie eben. Stimmt, ich hab meinen Rekord... Ah, doch, du hast den Rekord gebrochen. Mann. Krass. Die Zahl sah so schön aus. Das stimmt. Hast du denn deinen Rekord gebrochen? Ich weiß es nicht. Alter, das war so klar, ne? Oh Gott. Ich wurde erst mal zurückgepanscht. Mitten in die Fresse. Das ist mir ein Gucklick gegeben. Oh, hier sind... Hier sind einige richtig gut. Ja, ja. I see it. Nice. Einer hat sich bewegt. Ich könnte dritter werden. Ja, einer ist echt... Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen, Piedesel. Ja! Du Maschine! Dritter! Oh, nice! Ja, du bist auch ne Maschine. Ja! Ja! Lachanfall 2003. Hatt ich ihn da für'n Lachanfall? Das war eine krasse Sache. Ohne drei. Ich auch. Ohne zwei. Ohne vier. Oh, ich bin doch erster geworden. Aber warte, sind wir jetzt beieinander? Hallo! Hallo! Hi! Was bin ich eigentlich? Ohne. Oh, wir sind beides totfressen. Ja, unangenehme Situation. Wieso? Ich kann mich einfach nicht mit dir identifizieren. Aber wir sind Brüders. Ach, die lange. Nein! Der hat einen Rekord. Das wirst du auch nie schaffen. Das wirst du auch nie schaffen. Muss man hier springen? Nee, ne? Ich mach mal nicht. Ich springe nicht. Ich springe. Boah, Gott sei Dank, Alter. So, guck mal, so machst du die Rekorde, indem du nicht springst. Ja, weil ich mich einfach was trau. Das stimmt. Hier geht's runter. Oh, der war nice. Ich vergesse den Map auch immer. Ist schon ein bisschen länger. Ja, ist schon ein paar Monate. Ja, ein paar Monate. Ach, Mann. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren habe ich mir das erste Mal gespielt. Da waren wir noch im Saft. Im Fruchtgummisaft. Da waren wir richtig jung. Oh, ja. Damals hatte ich noch nicht die Rückenbeschwerden so, ne? Oh, ja. Ja. Da habe ich dir noch nicht den Dropkick in den Rücken gegeben. Was ist das? Ja, beim Taekwondo. Als wir Judo gemacht haben. Was meinst du, dass du wehtut? Ach, Mann, ey. Hast du mal Judo gemacht? Nicht nur Dropkick in die Fresse, sondern auch in den Rücken. Hast du mal Judo gemacht? Ich habe Schmudo gemacht. Schmudo, Alter. Ich wollte... Ich weiß gar nicht, ob ich als Kind immer Judo machen wollte. Ich weiß, dass Kollegen von mir das gemacht haben, aber jeder hat irgendwann aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, Schlenjul, bleib stehen, bitte. Ich war gut. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich war gut, warte. Warst du? Ich war zumindest direkt neben dir. Genau. Doch, hä? Ich war direkt neben dir. Alles klar. So. Sagt er, ich lüge. Ich glaube, ich könnte meinen Rekord brechen. Also, ich bin hier gerade so krass... So on fire? Ja. Ne, also meinen Rekord werde ich nicht brechen. Ich glaube, ich habe das eine Mal ganz gut performt. Meinst du? Pfff. That was close. Was? Ich bin runtergefallen. Hab ich gesehen. Das wäre ein Rekord gewesen. Als ob. Ich dachte, du... Ich bin wieder runtergefallen. Haha, ja! Peter, so... Nein! Nein! Dehigt! Dehigt! Folg mal, da ist doch einer vor mir. Das kann nicht wahr sein. Und... Jawohl! Neuer Rekord für Penissel! Ich bin dritter. Ich schäme mich einfach nur noch. Das war ein durchgehend schöner Lauf. Bis zu der Stelle. Da wurde ich einfach nervös. Ja, da wurdest du wirklich... Du konntest einfach mit dem Druck nicht umgehen. Der Druck war einfach... Oh! Ne 2, geil. Ne 4, haha. Ey! Und ne 3. Oh, haha. Ah! Aber als Glitter ne 3 ist eigentlich gut. Ey! Hi! Na? Hier, wir halten einfach die Ende fest. Bist du öfters hier? Ja, okay. Halt meine Hand. Warte ich... Wir sind 6 Felder vor den anderen. Oh! Aber da ist wieder die Question of Life. Ob du mir hier das Schwert reinrammen kannst oder nicht. Ne, ne. Es ist... Du hast hier die neuen Kills. Das ist dein Modus. Und ich hab hier wieder einfach nur... Boah, irgendwann ändert sich das, ne. Und dann weine ich. Warum ist denn hier... Ach, Mann. Oh, da ist Eisen. Was denn los? Ich hab jetzt ein Eis. Ja, ich krieg nix. Oh ja, doch. Ich krieg nix. Oh. Das ist wieder ein Diaschle... Ich hab echt geilen Kram bekommen. Echt? Also wenn du jetzt eine Waffe bekommen, dann bist du aber down. Oh, ich hab hier... Oh. Ja, okay. Ich hab... Hä? Hä? Was denn? Boah, mir war ein Raum, aber kein Typ. Was ist das denn? Ist vielleicht geleaved. So kann sein. Ja, aber hier waren auch keine Items. Man muss hier nicht. Ich hör jemanden. Ja, 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 ja. Okay, das war ich. Das war ich bestimmt. Hallo? Warum? Das bist du gar nicht. Der hat nach diesem Schwert. Gib's mir. Ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Bist du tot? Ist alles gut? Nein, das bist du. Junge, was? Hör doch auf. Ich hab mich... Ja! Ich bin mit der Maus. An meiner Tastatur hängen geblieben. Ja, hier werden wir wieder die Ausreden. Die Ausreden. Dann nachts da. Ich komm nicht mehr nach links ziehen. Dann nachts da. Batsch! Nächstes Mal klatsch ich die Tastatur einfach weg. Junge. Auch, Mann. Einfach weggeklatscht. Ach. Wo ist, äh... Ich, ich geh auf den Rest. Sorry, aber das tut mir nicht an. Das tut mir auf jeden Fall an. Oh, jetzt hab ich eigentlich... Oh Gott. Ne richtig... Oh Gott. Ja, dich mach ich. Weißt du, ab... Ab einem gewissen Punkt, ne? Boah, Junge. Ich hab, glaub ich, das... Es reicht mir. Ich hab das beste Equip, was man haben kann. Ich bin komplett verzaubert. Ja, ich hatte ja auch unfassbar geilen Kram. Alter. Also, ich glaub, ich hab echt noch nie so geiles Equip am Anfang. Komm her, der... Und dann kann ich so rein. Lauf nicht weg. Mann, der läuft weg. Ich... 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 Komm zu mir. Ich wär nie vor dir weggelaufen, Spalette. Ich weiß, du würdest sowas nie tun. Oh, hallo. Oh Gott. Hab ich ihn trotzdem noch. Aber ich werd sterben. Oder doch nicht. Nein. Ja, sauber. Sag ich ja. Das war grad richtig knapp. Ich hatte irgendwie ein halbes Herz. Das war echt Sinn. Doch, wolltest du das spannend machen für die Leute. Ja, ja, klar. Ich wollte ein bisschen hier Party. Die Stars. Boah, bitte ne Eins. Ah, ne Zwei. Das geht noch. Okay. Und noch ne Sechs. Ach, ne Vier. Ich rocke hier eigentlich ganz gut den Stüssel. Ich hab glaube ich... Ey, jetzt bist du trotzdem vorne, ne? Also es ist... Ja, aber das ist... Das ist noch keine... Es sind grad mal hier. Glauben wir fünf Blöcke. Also fünf Finger. Gerade mal. Das ist ein krass gewürfelter Wurf. Hä? Hä? Du neue Map. Was? Oh nein. Oh nein. Ich mochte die andere ja auch gar nicht, ne? Echt? Ich fand die eigentlich nicht schlecht. Ich fand die so schlecht. Nee, ich fand die eigentlich ganz gut. Aber ich mag es nicht, wenn ich die Map nicht kenne. Ja. Oh Gott. Mega Ruckler gerade. Hä? Da kommen die Ausreden. Ich hatte einen Mega Ruckler. Den schneidet er nur rein, Leute. Den schneidet... Hä? Warum? Hä? Bin ich hier in der... Ach, da waren Slime-Blöcke. Was? Das sind so Sachen. Die weiß man dann erst, wenn man die Map einmal gespielt hat. Ja, das stimmt. Die sind da auch gerade irgendwie so rüber gespielt. Ja, da kann man... Hä? Alter, können die mal aufhören, irgendwelche Hex zu machen? Was ist denn das? Ja, hört auf. Oh, die Map ist interessant. Ja. Hä? Krass. Das ist eine nette Idee. Das ist wirklich schön. Aber trotzdem, ich hätte lieber nicht... Oh, Abkürzung. Oh, Abkürzung genommen. Ich auch. Ja, dadurch werde ich Dritter. Oh. Rund. Wenn ich jetzt nicht Dritter werde, dann hätte ich glaube, ich schreie. Und zwar mehr als sonst. Oh. Nein. Oh Gott, wieder dahin geblieben. Und was war im Spiel? Oh, der eine ist runtergefallen. Oh, du hast die Abkürzung genommen. Alter, die ist hier... Ja, doch, die ist schon gut. Die ist schon gut. Auch wenn sie dich ein bisschen bremst. Ja. Das ist sehr knapp gerade. Nein. Ich bin hängen geblieben. Spiel. Geh weg. Was denn? Ey, ich hasse... Ja. Oh nein. Oh nein. Jawohl. Ich hasse dich. Du bist auch noch Dritter geworden. Bei mir waren wir wieder ineinander. Und trotzdem bist du vor mir. Nee, ich war bei mir klar vorne. War ich wirklich... Habe ich irgendwas mit dem Internet? Ich verstehe das nicht. Scheinbar, Alter. Einfach kaputt. Ach geil, eine 2. Eine 3. Würfel so räudig. Und eine 2. Und eine 3. Alter Falter. Die haben gleich viel gewürfelt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, sie könnten jetzt echt von hinten kommen und einfach reinballern. Die könnten wirklich, aber machen sie. Nee. Zehn Felder bist du vor den. Vor Lachanfall. Bushliff. Ach, Bose Blief. Nee, Bushliff. Leute, falls das Bild jetzt ein bisschen schlechter ist, das liegt einfach an Bose Blief. Wegen dieser Textur hier unten von dem Ding. Wundert euch nicht. Ja, und an YouTube, an der Verarbeitung. Ja, das stimmt. Ist das, ist das, hat YouTube da einmal noch so Probleme? Ja, klar. Mann, Alter, ihr habt keinen Bock auf Bose Blief. Da, eine Bombe. Das heißt Bushliff, Mann, ey. Du bist Bushliff. Junge, Bushliff klingt wie eine Krankheit, Mann. Ja, ist es auch. Oh, ich habe Bushliff. Oh, ich habe Bushliff. Oh, ich war gestern feiern und dann hatte ich Bushliff. Habe ich mir da reingezogen, so Bushliff. Und seitdem wächst mir eine Pupille am Auge. Oh, Mann, Alter. Eine Pupille am Auge, nice. Oh, oh. Oh, meine Items. Meine Items. Oh, ich habe, oh. Ich habe drei Kills. Warum habe ich drei Kills? Ich weiß nicht. Ich habe null. Wie habe ich die denn abgezogen? Warum habe ich immer null? Oh, das ist aber gestoppt. Oh, jetzt habe ich vier, nice. Ich habe Doppelsprung. Das hätte ich auch gerne. Das wäre ein Traum. Mann. Eine geile Zeit. Kann der mal sterben? Nein, macht er nicht. Ist gemein. Mann, ich will auch Doppelsprung. Hallo. Ich kriege hier nur verschiedene Arten von Bögen. Oh, du Armer. Das ist schrecklich. Doppelsprung, danke. Danke, Schmormama. Mann. Hey. 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 Oh, oh. Oh. Voll ins Loch. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann. Ja, fünf Kills. Mach die mal weg. Der eine hat null. Ja, und der andere acht. Ach, komm, ey. Ah, Benni, Alter. Benni, Mann. Der rennt einfach nur weg, oder was? Ja, Benni hat keinen Bock. Was wird das hier? Benni ist nicht so. Mann, der wehrt sich auch mal. Ui, krass. Alter, oh, Benni. Jetzt renn doch nicht mal weg. Jetzt mach doch mal was mit deinem Leben. Oh, Benni. Er hat sich sehr rumgebracht. Sechs Kills, neuer Rekord. Alter. Den wird niemand mehr. Na, schmeckt on my level. Sorry, hab ich nie geschafft. Aber es war, glaube ich, das erste Game, wo ich jetzt nicht... Oh, wieder eine zwei. Ich würfel aber auch einfach. In den Top-3 war. Ja, stimmt, ne? Ja, ich glaube schon. Scheiße, bohs blieb. Was hattest du? Eine zwei. Oh, eine vier und eine fünf. Oh, dann bist du vor mir. Dann bist du dein ganzes... Ja, du bist da ganz hinten. Ah ja, zwei Felder. Ui, das sind nur zwei Felder? Ja, manchmal hast du das komisch. Wie eine halbe Ewigkeit da hinten. Jetzt werden wir ganz weit weg. Oh nein. Da werde ich deinen Trick jetzt anwenden. Glaub mir, das tue ich. Ja, kannst du ja... Dafür habe ich ihn dir ja doch auch verraten. Na, nach 50 Parts hast du es mir gesagt. Hä, ich habe es dir immer gesagt. Da hinten rechts und dann runter. Ich habe halt wirklich nie verstanden, dass du... Oh Gott, ich bin nicht gesprintet. ...dach hinzulaufen. Ich bin nicht gesprintet. Ich habe es geschafft. Mann. Das ist halt dann so lächerlich einfach eigentlich. Ja, es ist auf jeden Fall einfach her. Viel einfach her. Zack. Her. Und dann hast du es... Oh nein. Ich habe es. Ich wette aber... Ja, die anderen sind... Du kommst auch noch. Komm mal in meine andere. Ich komme. Ich komme. Schlingel, fang mich. Fang mich. Ne. Bin tot. Oh Gott, jetzt sollte ich mich vielleicht auch mal beilen. Du warst doch gar nicht bei mir, hä? Oh oh. Und du musst dir nicht beilen. Die sind noch nicht mal beim zweiten. Hallo. Wo bist du? Ach man, ich sehe dich irgendwie immer nicht. Hier oben. Wie du bist du? Mach doch das letzte an. Da rechts hast du ein Item. Was? Ne, ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist hier oben rumgesprungen. Hallo. Oh, Alter, Lachanfall. Der Lachanfall. Der ist konkurrenzfähig, der Lachanfall. Ah, es ist denn 2003 Witziges passiert. Ich, Mann. Ich weiß es nicht, Mann. Ne 3. Ach, ne 3. Und ne 5. Und ne 4. Okay. Ja, geht. Drei Felder Abstand ist halt nicht die Welt, ne? Ne, ne, das stimmt. Und der Lenny hat einfach keinen Bock mehr. Und der Lachanfall, Alter, der chillt ja noch. Minfeld. Nein. Ach, warum Minfeld? Ach, ach, ooooh. Warum? Aber krasser Rekord. Wie voll das hier ist. Ja, warte. Oh, Mann. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe auch hier gar nichts. Ich sehe aber nichts. Hab die Augen zu. Okay. Mist. Nein, was? Ich bin gesprungen. Nein, Pidisel auf. Er darf es nicht schaffen. Ja, 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 erster. Oh, bitte, bitte Lachanfall. Gib einfach dein Bestes. Oder Benni. Benni, du bist auch cool. Ey, du überholst dir halt einfach alles. Ja, ooooh. Was machen die? Was machen die die ganze Zeit? Ja, Maschine. Okay. Die lassen sich so viel Zeit. Drei Felder. Aber wir werden beide ins Ziel kommen. Der erste Wurf entscheidet. Ich werde es mir nicht angucken. Nichts sagen. Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Hast du zwei Sechsen? Eine Eins. Eine Eins? Und was hattest du als erstes? Was war dein Zweiter? Sag erst, was dein Erster war. Ich habe es nicht gesehen. Oh. Ich hätte eine Eins und eine Sechs. Nein, du hast gewonnen. Wie viel? Genau die drei Felder. Drei Felder, verdammt. Oh, Mann. Das war aber nice. Das war spannend. Bis zur letzten Sekunde, meine Damen und Herren. Pidisel hat performt, aber Pidisel hat einfach nicht sonderlich gut gewürfelt. Das war irgendwie mein ganz, ganz großes Problem in dieser Runde. Aber so ist Mario Party halt. Da machst du nix. Meine Damen und Herren, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Vergesst unter keinen Umständen bei dem süßen Franz mal vorbeizuschauen. Der ist verlinkt. Und wir fliegen. Oh, ich bin hier gegen. Oh, oh. Oh, okay. Tschüss.